Mein Schwesterchen, die Anne-Lili, krank in ihrem Bett und Langeweile hätte sie, ja, wenn sie mich nicht hätt, ja, wenn sie mich nicht hätt. Ich nehm ein Heft aus Schreibpapier, die Seiten sind noch leer, ich male viele Bilder dir und täglich werden's mehr, und täglich werden's mehr. Auf Seite drei ein Blumenbeet in Rot und Grün und Blau und auf dem vierten Blatt entsteht gleich die Gemüsefrau, gleich die Gemüsefrau. Na siehst du wohl, jetzt lachst du schon, wir sind auf Seite acht, da habe ich dem Bäckerssohn fein aufs Papier gebracht, fein aufs Papier gebracht. An jedem Tag ein neues Bild, das Heft wird kunterbunt, wenn sich die letzte Seite füllt, bist du bestimmt gesund, bist du bestimmt gesund.